Nach Skripal-Affäre In der Skripal-Affäre steht die EU mehrheitlich gegen Russland und an der Seite Großbritanniens. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hält deshalb sogar ein Umdenken der Briten beim Brexit für möglich. Nach der Massenausweisung russischer Diplomaten in der Skripal-Affäre hofft Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble auf ein Brexit-Umdenken in Großbritannien. Ich habe durchaus noch Hoffnung, dass die Briten in der EU bleiben, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Serbius Skripal hätten die Briten gesehen, wie gut es ist, wenn man in der Welt nicht all eine ist. Sie würden viel Solidarität erfahren und erkennen, dass Europa funktioniert. Der frühere Doppelagent Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März in dem englischen Städtchen Solsbury bewusstlos aufgefunden worden. Nach landender Angaben wurden sie mit dem in der Sowjetunion entwickelten chemischen Kampfstoff Neville Schock vergiftet. Der Fall löste eine tiefe diplomatische Krise zwischen Ost und West aus. Weltweit wiesen inzwischen 27 Staaten rund 140 russische Diplomaten aus, darunter auch Deutschland, Frankreich und die USA. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.